Scharfschützengewehr, AP-Pistole, finde ich eine ideale Kombi, für jede Situation geeignet. Vor allem so wie ich spiele mit Sneaky, auf weite Distanz die Scharfschützengewehr und für in der Nähe mit Schalldämpfer die AP-Pistole, brauche keinen Karabiner, macht nur viel Lärm. Im Karabiner wäre geeigneter natürlich, wenn ich mich durchschiessen muss, da riesen Shootout machen, aber das will ich ja gar nicht, das brauche ich gar nicht. Darum Scharfschützengewehr, AP-Pistole, dass die Kombination meistens braucht, brauche ich eh nur die AP-Pistole. Gezielte Kopfschüsse, auf kurz zu den Stars. So, er geht hier gleich nach rechts, das heisst... Also der Spruch mit dem Market deutet darauf hin, hier gleich rechts, beim Erdgas oder bei der Ölfabrik. Dort wird der Treffpunkt sein, dort ist der Treffpunkt. Und darum fliege ich da jetzt gleich hin, erledige alle, warte dann nur noch auf die Valkyrie, auf den Attack-Jopper. So, gewinne ich etwas Zeit. Weil die Valkyrie ist so langsam hier an dieser Mission. So, wiederum wie die Amerikaner auf einem Demokratieeinsatz, es wird alles niedergebringt. Wenn wir Napalm hätten, würden wir auch Napalm einsetzen. Alles für Frieden und Freiheit. Was natürlich Blödsinn ist. So, jetzt muss ich warten, bis da der Kampfheli da ist. Wenn ich den jetzt abschiesse, fällt die Mission. Ich muss warten, bis er gelandet ist. Dann darf ich ihn abschiesse. Alles Dinge, die man mühsam lernt, wenn man das spielt hier. So, da ist er ja schon. Jetzt muss ich warten, bis er landet. Und dann muss ich ihn zerstören. Aber erst dann, noch nicht jetzt. Das ist ein Bingo. Dann, was ist das, ich sehe? A Venger? Das wird ein Trupp Carrier. Very likely weapons are in there. Okay, Capitan. Let's see what they have for us inside that adventure is. That must be where the weapons are being stored. Rein mit mir und die Gusenberg-Bleispritze, die ich heute umsonst bekommen habe, wird hier gleich eingelegt. So, good news, we have the weapons. Bad news, you appear to be flying. And even more bad news, when these three lands, there will be small army to greet you. I suggest they water it route to the ground. All in a day's work, yes. Now bring them home. So, Kossatka anfordern, dass ich da nicht soweit habe, dass ich hier landen kann. Wunderbar. Und dazwischen mache ich jetzt mal wieder ein Payphone-Head dann. Und gehe im Casino vorbei. Jetzt habe ich alles zusammen, dass ich den Final spielen kann. Wunderbar. Aber ich gehe hier gleich wieder raus. Wunderbar. Vielen Dank.